Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar diesmal mit einem 3er Blister Unboxing Battle und das entscheidet sich zwischen der Magitech Saison 2018-2019, der Saison 2019-2020 und der aktuellsten 2020-2021 Extra-Version. Ja, 3 Blister, der neueste Blister kostet 5,99€, dann haben wir hier den Blister für 4,99€ und 2018 hat der Blister ebenfalls 4,99€ gekostet. Und hier haben wir eine von 3 Limmys und zwar Müller, Adler und den kenne ich gerade nicht. Dann haben wir hier die 3 Limmys von Trimmel, Ginter und Matheta und hier finden wir ebenfalls 2 Limmys, aber ich weiß gerade nicht, welche die beiden sind. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Unboxing. Ich weiß, in letzter Zeit sind nicht so viele Videos online gekommen, aber ein bisschen wenig Zeit, dies, das, ihr wisst Bescheid. Die Limmys kommt auf die Seite und dann haben wir hier 4 Päckchen mit je 5 Karten, bei der 2.18er Version. Und in letzter Zeit habe ich auch nicht so viele Karten hier, die habe ich gerade erst wieder bekommen. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht mit diesem Kanal. Kommt darauf an, wie auch die Resonanz von Eui ist, die Limmys kommt auf. Hier sehen wir schon den Unterschied. Bei der 2.19er, 2.20er Version ist ein zusätzlicher Booster enthalten und hier haben wir nur ein eingepacktes Kartenpäckchen und die aktuellste Version packen wir natürlich auch noch aus. Und hier haben wir sogar nur 3 10er Booster. Die Limmys kommt wieder auf die Seite. Ja, und ich würde sagen, beginnen wir mit der 2.18er, 2.19er Version. Hier sind nochmal die Verteilungen. Wenn ihr sie ganz durchlesen möchtet, könnt ihr ja gerne auch Pause drücken. So, beginnt mit Niederlechner für Freiburg, dann Wolf für Düsseldorf, Vogelsammer für Bielefeld, Akanji für den BVB und Sörensen für Köln. Dann würde ich sagen, ist hier Akanji der beste Spieler. So, erster Booster für die 20.19er, 20.20er. Kollektion von Tops. Ein Gratis-Päckchen. Dann haben wir hier ein paar umgedrehte Karten. Und zwar Orban für Leipzig, Purié für Karlsruhe, Maxim für Mainz, Gondorf für Freiburg und die Köln-Klub-Karte. Ja, dann sagen wir hier mal, Orban ist hier der beste Spieler. Und der erste Booster für die erste Region. Hier öffne ich natürlich nur 5 Karten. Und zwar ein Freepack. Erste Karte ist Coman, Zweite ist Kobljanski, dritte Rudi und vierte Onana, gefolgt von Amanu für Paraborn. So, und die nächsten 5 Karten zählen für das nächste Päckchen, aber die aktuellste Version hat eh schon den Punkt gemacht. Natürlich, Orban und Akanji haben nicht das Potenzial hier etwas abzuräumen. So, zweiter Booster für die 2018er Version. Kuse für Bremen, Ruma für Wolfsburg, Mascarell für die Schalker, dann Löwen für Nürnberg und Düsseldorf Club-Logo. Ja, Max Kruse, obwohl ich ihn nicht so gerne mag, ist hier der beste Spieler. Weiter Booster für die 2019er Version. Beginnt wieder mit einem Freepack. Dann haben wir hier wieder umgedrehte Karten. und zwar Rizzos für Leverkusen, Ishaq für Nürnberg, Niklas Stark für Hertha, Risse für die Kölner und Jonas Hector Starspieler ja hier ist natürlich Hector der beste Spieler und die nächsten 5 Karten Marius Wolf für Köln, die aktuellste Version dann Gruezo für Augsburg so jetzt haben wir 3 Power Karten Marcel Beer Matchwinner nächsten Flügelzangeln Spieler Munzon und Suku für Bielefeld und Gonzalo Castro für Stuttgart und hier ist der beste Spieler ich würde sagen Castro aber ich finde Castro nicht besser als Hector und somit steht es 1 zu 1 und geht gleich weiter mit dem dritten Booster für die 2018er Version ich hoffe ihr verzeiht es mir vielleicht kommt auch in den nächsten Tagen nicht so viel von mir auf diesem Kanal Maxime Kämpe Hummels für die Bayern hier noch dann Gideon Jung und Pirmin Schwegler als Matchwinner für die Hannoveraner aber ich finde hier Mats Hummels der beste Spieler der beste Spieler 2019er Version dritter Booster wieder ein 3 Pack dann haben wir Kingsley Command sehr stark Kone für Dresden Kone für Dresden Kledl für Düsseldorf Flecker für Union Berlin und Alessandro und Alessandro Matchwinner für Schalke Kommand ist hier der beste Spieler so nächstes 10er Booster für die Extra Version von dieser Saison wir machen es wieder so dass die ersten 5 Spieler euch gezeigt werden Delaney 1 dann Moisander 2 Kevin Vogt 3 4 haben wir Marina und 5 ist hier Paccarada für St. Pauli aber ich finde hier keinen stärker und somit geht der Punkt an wem hättet ihr den Punkt gegeben Kingsley Command oder Mats Hummels ich gebe Mats Hummels den Punkt so 4. Booster für die 20 8 in der Version haben hier Donati für Mainz Anton für Hannover Kaderabek für Hoffenheim Kaderabek für Wolfsburg und nochmal das Düsseldorf Logo und hier ist der beste Spieler ich würde sagen sogar Kaderabek Kaderabek man von ihm auch nicht so viel hört nicht mehr so will so für Wolfsburg dann Gulaschi für Leipzig Kadarabek für Hoffenheim, eine Saison später, Modavec für Augsburg und André Adjaye für die Paderborna. Und damit würde ich sagen, Gulaschi ist hier der beste Spieler und die nächsten fünf Spieler der aktuellen Saison. Paciencia für Schalke, Guendouzi für Hertha, dann haben wir hier Lacroix für Wolfsburg, Niakate als Matchwinner für Mainz und Prietl für Bielefeld. Aber ich finde hier keinen Stärker und somit steht es 2 zu 1 für die 2019er Version. Und jetzt kommen wir zu den Limi-Päckchen. Und zwar hier haben wir René Adler von Mainz als Limi, Pavard für Stuttgart, dann ein Stück von der Meisterschale, Morales für Rüsseldorf, Paulinho für Leverkusen und Füllkrug, Star-Spieler. Ja, ich sage sogar hier, dass entweder Pavard oder Adler der beste Spieler ist. 2019er Version, Limi-Päck, beginnt mit Knoll für St. Pauli, dann Kalou für Hertha, Schaub für Köln, uh, Marco Reus und Matze Ginter für Gladbach als limitierte Auflage. So, letzter Booster für heute, das Limi-Päckchen von der Extraserie. Beginnt mit Udo Kai als Limi für Augsburg, dann den Free-Päck-Code, David Alaba, Abwehrchef, Janschke für Gladbach, die Spieler können wir schon weg tun, weil Reus ist besser, Van der Horn für Arminia Bielefeld, Nürnberg-Hack, Fährmann für Schalke, Suchi für Augsburg, dann haben wir hier Andersson, Matchwinner, Florian Grilic als Führungsspieler und Klub 100, Andrej Kramaric für die Hoffenheimer. Aber ich finde hier keinen Spieler besser als Marco Reus und somit geht das ganze Duell mit 3 zu 1 gegen die aktuelle Version gegen die 2018er Version an die 2019er Version. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Eure Kartenwelt Eure Kartenwelt